Hi, ich bin Angelo, National Artist für Deutschland und ich zeige euch heute eine super funkelnde Lippe. So, bei der Lippe fangen wir an mit Prep and Prime Lip, um die Lippe super mit Feuchtigkeit zu versorgen und damit das Ganze auch wirklich den ganzen Tag hält. Für die Lippe, die wir jetzt machen, nehmen wir als Basis Candy Yum Yum. Ich starte mit der Farbe im Inneren der Lippe und arbeite mich langsam Richtung der Kontur vor. Dadurch kann ich viel präziser arbeiten. An der Kontur arbeite ich mich von außen nach innen, weil ich so eine viel schönere, voluminösere Form bekomme. Um das Ganze aufzupeppen, packen wir auf das Pink noch einen pinken Glitter. Und geben somit der Lippe den absoluten Wow-Effekt. Und damit habt ihr eure perfekte Lippe für den Festival-Look im Sommer 2016.